Moin, mein Name ist Bettina Adam, mein Mann ist Krabbenfischer und ich engagiere mich im Fischerverein Friedrichskog und in der Landesvereinigung Sparte Krabbenfischerei. Es wird Zeit, dass wir uns zusammentun, die Landwirte, die Fischer, denn was jetzt geplant ist, die Bietsschließung, 30 Prozent an Land und auf See. Das bedeutet für viele, dass Existenz aus. In der Fischerei kommt noch Folgendes dazu, und zwar, dass die bodenberührende Grundnetzschleppfischerei verboten werden soll in 2030. Wie die Häfen dann aussehen, zeige ich euch mal. Häfen ohne Krabbenfischer, ohne Krabbenkutter, deutschen Nordsee-Häfen. Kein schöner Anblick. Nun denn, noch ist Zeit, wir können zusammenstehen, wir haben uns zusammengetan und wir wollen uns alle gemeinsam treffen. Vom 22. bis 24. in Düsum. Kommt alle dazu, lasst uns zusammenstehen, lasst uns ein Zeichen setzen. Es geht um nichts anderes als um unsere Existenz. Seid dabei. Bis dahin. Tschau. .